Willkommen bei Photoshop, schön dass sie hier sind. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und das ist mein erstes offizielles Photoshop Tutorial. Ich hatte zwar bereits mal eins hochgeladen, aber nie öffentlich gemacht. Ähm, ja, ähm, leider. Ja, was erwartet euch in meiner Photoshop Tutorial Reihe? Ganz einfach, wir werden uns um das Malen kümmern. Also ausschließlich Malen, nichts anderes. Keine komplizierten Photoshop, ähm, Retuschen oder irgendwas anderes, keine merkwürdigen Effekte. Sowas ist einfach nicht, ähm, das, was ich wirklich besser kann als andere. Dementsprechend guckt euch da lieber andere Kanäle an. Denn ich denke, da werdet ihr sicherlich fündiger. Wie es mit dem Malen aussieht, weiß ich gar nicht, weil ich keine anderen, ähm, Maltutorials auf Photoshop geguckt habe, tatsächlich. Ich hab mir das relativ selbst beigebracht und hab auch ein paar Zeitschriften konsultiert früher. Aber das ist schon eine Weile her. Ähm, das meiste habe ich mir, wie gesagt, selbst beigebracht. Das merkt man sicherlich auch, weil ich nichts kann. Aber ich zeige euch mal ein paar Bilder von mir. Das hier zum Beispiel ist ein aktuelles Bild von mir. Das habe ich letztens erst gemalt, letzte Woche. Und da habe ich die kleine Donja gemalt. Kleine Donja. Oh, ist die nicht süß? Ui, die kleine süße Donja. Okay, Spaß beiseite. Ähm, man laber, ich wieder Mist. So, das habe ich gemalt. Das habe ich jetzt nicht so detailliert gemalt. Das ist für den RPG Maker XP. Da habe ich schon detailliertere Bilder gemalt. Dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall. Ähm, ein aktuelleres Bild. Hier nochmal etwas, das Gesicht etwas näher dran. Etwa, damit man ein paar Details vielleicht sehen kann, die ich noch gemalt habe. Die zwar am Ende eh überflüssig sind, weil sie im Endergebnis, im Projekt des RPG Makers dann nicht zu sehen sind. Aber das spielt keine Rolle. So, dann habe ich Super Mecha Freezer, eine YouTuberin gemalt. Das sieht dann so aus. Das habe ich auch vor kurzem gemacht. Das Bild ist auch relativ gelungen. Da habe ich am meisten Wert auf die Haare gelegt. In Farbe sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Da habe ich am meisten Wert auf die Haare gelegt. Ich wollte einfach mal ein bisschen rumexperimentieren, was Haare malen angeht. Ich finde das Ergebnis eigentlich relativ gut. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und es hat seinen Zweck erfüllt, das Bild. Ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, sehr zufrieden. Dann hier ein früheres Artwork von Donja. Das habe ich hochgeladen am 12. März 2015. Aber das ist noch älter. Das habe ich wahrscheinlich 2014 oder vielleicht sogar schon 2013 gemalt. Ich bin mir jetzt sehr unschlüssig. Es ist auf jeden Fall sehr alt, das Artwork. Das dürfte mein detailliertestes Bild sein, das ich je gemalt habe. Aber dafür habe ich auch nur eine halbe Gesichtshälfte gemalt. Eine halbe Gesichtshälfte, eine ganze Gesichtshälfte. Also nur eine Hälfte gemalt. Aber es ist relativ detailliert. Leider habe ich das auf Facebook nicht in voller Auflösung hochgeladen, wie ich irgendwie gerade merke. Deswegen ist das irgendwie so klein. Aber vielleicht finde ich das nochmal in größerer Auflösung. Spielt keine Rolle. Ihr erkennt das Bild sicherlich. Ich habe hier wirklich relativ detailliert gearbeitet. Natürlich auch nicht total übertrieben. Aber eigentlich schon doch. Ich finde, das ist schon ein bisschen übertrieben. Ich habe hier wirklich einzelne Haare langgezogen. Und hier die kleinen Wimpern. Das sind alles einzelne Haare. Das sieht man jetzt in der Auflösung nicht ganz so gut. Aber ich habe da einfach übertrieben. Das ist übelst der Quatsch gewesen am Ende. Aber das Bild sieht relativ cool aus. Mir gefällt es. Aber es ist halt auch schon ein bisschen älter. Aber all das hier, was ich euch hier zeige, all diese ganzen Bilder, das werdet ihr auch definitiv hinbekommen. Das verspreche ich euch. Und hier mein Lieblingsbild. Das ist sehr schön. Das finde ich sehr schön. Das ist ein Lieblingsbild von mir. Das habe ich hochgeladen am 7. Dezember 2012. Ich glaube, das habe ich aber auch ein bisschen eher gemalt. Aber da dürfte es sich nur um Monate handeln. Und nicht um Jahre. Das habe ich auf jeden Fall 2012 gemalt, soweit ich weiß. Auf jeden Fall, das finde ich sehr schön, das Bild. Das ist mir sehr gelungen. Das war eine Freundin von mir, die ich da gemalt habe. Und ich glaube, sie hat sich sehr gefreut. Ja, sie hat sich sehr gefreut. Und ja, doch, doch, sie hat sich sehr gefreut. Und es gefällt mir auf jeden Fall. Es ist auch ein bisschen was Persönliches, weil ich da jemanden gemalt habe, den ich tatsächlich kenne. Und ja, ich denke, ihr habt jetzt einen groben Eindruck. Ihr könnt euch nochmal kurz alle Bilder angucken. Ich glaube, ihr habt einen groben Eindruck, was euch erwartet. Das werdet ihr auf jeden Fall auch können. Nach meiner Tutorial-Reihe. Hundertprozentig. Das verspreche ich euch. Ihr müsst natürlich ein bisschen üben. Anders geht es nicht. Es ist nun mal so, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber das werdet ihr auf jeden Fall auch können. Hundertprozentig. Das verspreche ich euch. Das ist nicht schwer. Auch wenn es jetzt vielleicht für euch, für den einen oder anderen etwas schwierig aussieht. Aber mit den richtigen Techniken ist das gar nicht so schwierig. Aber wir werden jetzt erstmal in Photoshop starten. Wir wechseln mal kurz zu Photoshop und erstellen uns eine neue Datei. Erstellen. Wir erstellen eine Datei mit 2500 mal 2500. Pixel. Auflösung 72. Pixel pro Zoll. RGB-Farbe. 8-Bit. Hintergrund können wir weiß lassen. und keine Zeichenfläche. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und erstellen. Dann haben wir unsere Datei. Ich denke mal, die meisten werden schon mal in Photoshop gearbeitet haben, die dieses Video gucken. Und dementsprechend muss ich euch sicherlich nicht erklären, wie man eine Datei erstellt. Und wie Photoshop aussieht, müsste ich euch wahrscheinlich auch nicht unbedingt erklären. Aber ich kann euch ja mal einen groben Überblick geben. Genau. Hier rechts unten habt ihr die Ebenen. Da könnt ihr verschiedene Ebenen machen. Das machen wir dann gleich. Das werde ich dann noch ein bisschen näher erklären nachher. Und dann habe ich hier oben die Farbfelder und die Farbe hingezogen. Man kann sich das Menü relativ selbst zusammenbasteln über Fenster. Und dann kann man sich das hier, wie man es gerne möchte, selbst zusammenbasteln. Zum Beispiel Info. So, das habe ich jetzt da. Und das kann ich mir jetzt überall hinziehen, wo ich das möchte. Das kann ich mir jetzt zum Beispiel hier mit zum Histogramm dazu ziehen. Und dann habe ich das hinter dem Navigator, das Histogramm und dann die Info als Beispiel. Oder auch andere Fenster. Es gibt sehr viele, wie ihr sehen könnt. Überlegt euch, wie ihr am besten arbeiten könnt. Und ordnet euch das alles so ein bisschen an. Ihr könnt euch doch auch den Arbeitsbereich sperren. Dann könnt ihr das nicht aus Versehen nochmal verschieben. Hier, das geht jetzt einfach nicht mehr. Ich kann das jetzt nicht verschieben oder so. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber das müsst ihr nicht unbedingt machen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber ab und zu mal schiebe ich auch aus Versehen mal ein Fenster. Hier, zack, bumm. Wie schnell ist das passiert? Das kann mal passieren. Der Navigator, der ist nicht standard eingestellt. Den habe ich mir selbst hier hochgelegt. Weil ich einfach ein bisschen Übersicht haben möchte. Ich mag es einfach nochmal, das komplette Bild zu sehen. Vor allem, wenn ich sehr stark reinzoome. Außerdem habe ich... Ähm... Ja, wie gesagt, ich habe einfach ein bisschen mehr Übersicht. Das gefällt mir irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich bin es vielleicht auch ein bisschen gewohnt, weil ich das immer gemacht habe. Ähm... Ihr müsst das natürlich nicht machen. Ihr müsst Photoshop nicht so gestalten, wie ich das habe. Aber wir fangen erst mal an. Hallo, Peggy. Du spielst gerade O-Rake, bla bla bla, M-O-R-P-G, was auch immer. Ich sollte vielleicht Steam ausmachen, damit sowas nicht mehr passiert. Ähm... Ist auch das erste Mal, dass ich, glaube ich, Steam anhabe bei einem Video. Ich weiß gar nicht, warum ich das anhabe. Aber ich hätte es wahrscheinlich ausmachen sollen. Aber der liebe Herr Peggy ist online. Also grüße ich ihn gleich. Hallo, Herr Peggy. Falls du dieses Video siehst. Und... Ich grüße dich. So, an dieser Stelle werden wir jetzt anfangen zu malen. Was habe ich vor? Ich will eine Kugel mit euch malen. Eigentlich zwei Kugeln. Wenn alles nach Plan läuft. Zwei Kugeln. Zwei verschiedene. Mit zwei verschiedenen Maltechniken. Und... Dazu brauchen wir eigentlich hauptsächlich nur den... Das Pinselwerkzeug mit der Taste B auf der Tastatur. Könnt ihr das auswählen. Wenn ich zum Beispiel hier auf dem Radiergummi bin. Dann kann ich, wenn ich B drücke, auf den Pinsel gehen. Und hab den Pinsel. Ich werde immer mal wieder ein paar Tastenkürzel nennen. Die müsst ihr nicht verwenden. Aber für den Workflow wäre es natürlich am sinnvollsten, wenn ihr euch ein paar Tastenkürzel aneignet. Das werdet ihr in späteren Videos auf jeden Fall noch sehen, wie ich vermehrt Tastenkombinationen und Kürzel etc. einsetze. Gut. Wir wählen auf jeden Fall den Pinsel. Und dort wählen wir bei Allgemeine Pinsel den runden, harten Pinsel hier. Den hier. Den wählen wir. Und die Größe können wir noch ändern. Auf jeden Fall wichtig ist, dass der hart ist. Erstmal. Die Deckkraft stellen wir auf 100. Fluss 100. Glättung können wir auf 10 lassen. Und die Buttons hier bleiben erstmal aus. Die brauchen wir vielleicht ein andermal. Mit der Raute-Taste können wir die Größe ändern. Und mit der Ö-Taste können wir die Größe ebenfalls ändern, aber verkleinern. Also die Pinselspitze verkleinern mit Ö. Und mit der Raute-Taste können wir die Pinselspitze vergrößern. Denn ihr seht das sicherlich, wenn ich jetzt hier male. Oh, was ist das? Warum male ich hier mit so einem komischen Rot? Ich weiß es nicht. So. Alles klar. Dann seht ihr, wie ich natürlich dann relativ schnell die Pinselgröße ändern kann. Und das mitten im Workflow, das ist relativ praktisch. Vor allem beim Malen werdet ihr das definitiv verwenden. Weil ihr sonst einfach, ihr könnt nicht ständig die Pinselgröße manuell per Menü etc. ändern. Das würde alles zu lange dauern. Macht es auf jeden Fall über Ö und Raute. Das könnt ihr euch eigentlich schon mal angewöhnen. Wir werden den Hintergrund wieder weiß machen und auch weiß lassen. Ihr werdet vielleicht merken, ich habe das Photoshop 2019. Vielleicht einige, die eine etwas ältere Version haben. Werden vielleicht einige Sachen, die ich hier habe, vielleicht nicht haben. Zum Beispiel hier, keine Ahnung, wie heißt das Tool? Rahmenwerkzeug. Zum Beispiel, das ist relativ neu. Das glaube ich erst ab 2019. Spielt aber keine Rolle. Ihr könnt das, was ich hier zeige, auch in älteren Versionen von Photoshop verwenden. Ich denke mal, ab Photoshop CS5 müsste eigentlich so weit alles möglich sein. CS6 wäre natürlich noch besser und natürlich Photoshop CC 2019 wäre natürlich optimal. Aber es geht auch mit älteren Versionen. Ihr müsst nicht unbedingt Photoshop CC 2019 haben. Ihr müsst dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen umdenken, weil die Menüs vielleicht leicht anders aussehen. oder ich vielleicht irgendwas anderes mache, was vielleicht bei euch nicht hundertprozentig so funktioniert. Ihr müsst da vielleicht ein bisschen umdenken. Wenn nicht, schreibt ihr mal euer Problem in die Kommentare. Vielleicht findet sich da jemand, der da eine Lösung hat für die alte Photoshop Version. Wir erstellen als nächstes erstmal eine neue Ebene. Ebene 1, die nennen wir Kugel. Kugel oder wir lassen sie Ebene 1. Das spielt für unser Bild jetzt erstmal gar keine Rolle. Das ist nur ein Übungsbild. Das werden wir danach sicherlich nicht mal speichern. Einfach nur zum Malen üben. Könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Wir wählen bei der Farbe, die könnt ihr, wie gesagt, bei Fenster aktivieren, falls ihr es nicht habt oder mit der F6-Taste. Falls ihr das nicht habt, aber standardmäßig müsste das eigentlich hier sein. Also müsste auf jeden Fall auf der rechten Seite schon vorhanden sein. Ihr könnt auch hier doppelt draufdrücken. Dann könnt ihr auch hier in den Farbwähler gehen. Aber das braucht ihr eigentlich nicht unbedingt. Wir suchen einen relativ mittleren Grauton. Zum Beispiel diesen hier. und werden den Pinsel ungefähr auf, sagen wir, Größe 1500 machen. Also stellen. Tippen einmal drauf und haben einen Kreis. Das ist noch lange keine Kugel, weil ohne Shading, also ohne Schattierung, ist es keine Kugel. Es ist ein zweidimensionaler Kreis. Aber wir werden ihn nun shaden. Als erstes werde ich die Ebene duplizieren. Das mache ich mit STRG-J. Alles klar. Dann habe ich zwei, weil wir wollen ja zwei Kugeln malen mit unterschiedlichen Maltechniken. Und die nenne ich dann Kugel 2. So, das macht ihr soweit auch alles. Und wenn ihr soweit seid, alles so ist, wie es bei mir jetzt ist, können wir eigentlich schon anfangen. Mit der D-Taste auf der Tastatur können wir die Farben wieder auf Schwarz und Weiß ändern. Wir werden jetzt mit Schwarz und Weiß arbeiten hauptsächlich und werden definitiv ein Schwarz-Weiß-Bild malen. Wir werden es noch nicht farbig machen. Zur Farbe kommen wir später, in späteren Videos. Es spielt erstmal gar keine Rolle. Wir lernen erstmal nur das Schattieren. Wirklich nur das grobe Schattieren mit Schwarz und Weiß. Viel mehr brauchen wir da gar nicht. Und die Graustufen, die dazwischen sind, natürlich. Gut, wir nehmen einen kleineren Pinsel und werden erstmal für die erste Kugel die Härte auf 0 stellen. Die Deckkraft stellen wir runter auf 10. Das können wir machen, indem wir die Taste 1 auf der Tastatur oben drücken. Oder indem wir hier den Schieberegler verwenden. Also einfach auf Deckkraft und dann hin- und herschieben. Oder indem wir einfach hier eine 10 reinschreiben. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Halten wie ein Dachdecker. Ich drücke jetzt die 1 und habe eine Deckkraft von 10. Anschließend werde ich die transparenten Pixel fixieren. Ich glaube, das heißt so. Oh, das ist jetzt ein bisschen knifflig. Mit Grafiktabletten da jetzt exakt drauf zu bleiben. So. Transparente Pixel fixieren. Genau. So heißt das. Und das werden wir jetzt tun. Am besten auch gleich bei beiden Kugeln. Damit ich nicht aus Versehen drüber malen kann. Das kann ich nochmal mit 100% Deckkraft zeigen. Und mit einem etwas vielleicht kleineren Pinsel. Dann kann man das vielleicht besser sehen. Ups. So. Und dann kann ich nicht mehr drüber malen. Es geht nicht mehr. Wenn ich das nicht aktiviert habe, kann ich ganz normal drüber malen. Ihr seht es ja. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die Form beizubehalten. Aber im Großen und Ganzen werden wir jetzt erstmal das verwenden. Und später zeige ich euch dann noch weitere Möglichkeiten. Wahrscheinlich schon im nächsten Video. Und wir starten unser Bild. Wie gesagt. Deckkraft 10%. Pinselgröße erstmal. Machen wir 1000. Und ziehen erstmal einen leichten Schatten komplett drum herum. Versuchen hier so ungefähr hier oben einen hellen Punkt zu lassen. Das Licht kommt von hier so drauf. Und hier kommt dann der dunkle Schatten. Den machen wir auch gleich. So. Und ziehen langsam immer einen Strich. Lassen los. Ziehen noch einen Strich. Wählen jetzt einen kleineren Pinsel. Vielleicht nur 700 oder 600. Mach mal 600. Ziehen nochmal die Kante lang. Aber nicht auf dem, sondern wirklich nur so knapp daneben. Wirklich nur mit den weichen Kanten des Pinsels den Ball, äh die Kugel, leicht berühren. Wie ihr seht, ist es gar nicht so schwierig. Das ist wirklich, das ist noch das Leichte. Geht natürlich nur bei einer Kugel so gut. Bei späteren Objekten, die etwas komplizierter sind, geht das dann natürlich nicht mehr so einfach. Aber es geht immer. Man muss nur ein bisschen Geduld haben. Anschließend machen wir noch ein bisschen Licht rein. Wir können mit X, mit der Tasse X auf der Tastatur, können wir auf Weiß ändern. Also zwischen den Vordergrund- und Hintergrundfarbe wechseln. Wir können aber auch hier oben den Button verwenden. Oder wir ändern einfach die Farbe. Hier, zack, weiß, fertig. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ich habe gerne Schwarz und Weiß drin und wechsle einfach mit X dann immer während des Workflows. Einfach hin und her. Das geht am schnellsten, weil dann kann ich den Pinsel einfach hier drauf lassen. Ich muss nicht extra dann hier zack, zack machen. Oder ich muss nicht extra hier auf den Pfeil drücken. Oder was weiß der Geier. Wie ihr das machen wollt. Ich mache es mit der X-Taste auf der Tastatur. Nun werden wir, wie gesagt, weiß nehmen. Ich musste mal gucken, ob 10 eine gute Deckkraft ist. Ja, 10 sieht eigentlich ganz gut aus. Vielleicht noch ein bisschen größer. So. Und wir lassen den Pinsel jetzt immer kleiner werden und tippen kurz an die Stelle. Ungefähr so. Und, na, das war vielleicht schon ein bisschen zu klein. Gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Und machen. So. Alles klar. Sieht auch ganz gut aus, unsere Kugel. Spielt keine Rolle, ob die jetzt perfekt ist. Es geht nur darum, dass ihr die Maltechniken grob verstanden habt. Um was anderes geht es nicht. Man könnte jetzt auf den Hintergrund noch einen Schatten malen. Eigentlich könnte man das auch machen. Unbedingt wichtig ist das jetzt nicht für das Tutorial. Machen wir mal die Deckkraft ein bisschen höher. So. Wechseln zu weiß. Drücken vielleicht mal eine 20. Also eine 2. Das war vielleicht schon wieder zu viel. 10 wäre vielleicht besser gewesen. Egal. Und tippen wir uns langsam in den Schatten rein. Vielleicht ist die Kugel unten auch noch ein bisschen zu hell. So. Alles klar. Oh, die andere Kugel muss ich mal deaktivieren, sonst sieht es ein bisschen komisch aus am Rand. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig erkennen könnt. Ich zoome mal rein. Dann seht ihr hier so einen ganz leichten, ganz leichten hellen Rand durch die andere Kugel. Also durch den anderen Kreis. Wenn ich den ausblende, sieht man das dann nicht mehr. Und genau. Nun werde ich weitermachen. Vielleicht nochmal ein bisschen, wie gesagt, den Schatten unten an der Kugel noch ein bisschen dunkler machen. Und den Schatten auf dem Hintergrund vielleicht ein bisschen heller wieder. Wenn ihr 0 gedrückt haltet und dann zum Beispiel 4 drückt, dann könnt ihr auch Deckkraft unter 10 verwenden. Wenn ich jetzt 4 drücken würde, normalerweise kommt eine 40. Wenn ich aber 0 gedrückt halte und dann 4 drücke, kommt Deckkraft 4 als Beispiel. Dann können wir noch vielleicht ein bisschen darüber. Und das sieht auch schon ganz ordentlich aus. Spielt keine Rolle. Wie gesagt, man könnte es jetzt noch ein bisschen besser machen. Aber jetzt für den Einstieg sieht das eigentlich ganz gut aus. Viel besser müsst ihr das jetzt nicht machen. Das spielt wirklich gar keine Rolle. Gut, dann haben wir unsere erste Kugel fertig. So sieht das Ganze aus. Sieht eigentlich ganz schick aus. Finde ich jetzt. Man kann sie schon als okay bezeichnen. Es ist vollkommen ausreichend. Also mehr müsst ihr da gar nicht machen. Habe ich gerade nochmal aus Versehen gemalt. Ja, egal. Nun machen wir die zweite Kugel. Wir blenden die erste Kugel aus. Und blenden die andere Kugel ein. Da fehlt natürlich das Shading wieder komplett. Nun machen wir eine völlig andere Malmethode. Wir nehmen diesmal einen Pinsel mit voller Härte. Und verwenden erstmal schwarz. Genau, mit einer Deckkraft von, sagen wir, 70 vielleicht. Ich muss mal gucken. Da bin ich mir jetzt selber nicht so ganz schlüssig. Aber 70, das sieht eigentlich ganz okay aus. Und ziehen einmal komplett drum. Dann sieht das ungefähr so aus. Ungefähr. Nun werden wir sämtliche Farben, die wir ab jetzt verwenden, immer mit der Alt-Taste, den Pinsel haben wir immer aktiviert. Und mit der Alt-Taste, mit der Pipette, werden wir uns die Farben rausgreifen. Wir machen das Ganze mit 50% Deckkraft erstmal. Wir greifen uns jetzt hier das Grau raus, das Dunkle. Das, was wir gerade gemalt haben. Und werden mit einem vielleicht etwas kleineren Pinsel, das spielt aber alles gar keine Rolle erstmal. So genau müsst ihr da gar nicht sein. Ihr könnt das immer noch nachbearbeiten. Werden wir jetzt hier so einen etwas helleren Schatten malen. Dadurch, dass ich das Grau ausgewählt habe, das Dunkle, und auf 50% Deckkraft gestellt habe, wird genau der Mittelwert zwischen dem Hellen und dem Dunklen quasi ermittelt und ein Mittelton gemalt. Im Grunde ein helleres Grau. Eine Zwischenfarbe auf gut Deutsch. Also die liegt dazwischen. Ihr versteht, was ich meine. Hundertprozentig. So, anschließend werden wir das mittlere Grau nehmen und einmal hier lang malen und auch ein bisschen rein malen ins Dunkle und ins Helle, sodass quasi ein Übergang entsteht. Und jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Farben in unserem Shading. Und das machen wir immer weiter. Immer weiter einfach eine Farbe rausgreifen und diese dann auftragen. Irgendeine. Ihr müsst nur gucken, dass ihr versucht, möglichst die danebenliegenden Farben zu übermalen. Nicht, dass ihr jetzt hier das Grau rausgrappt und jetzt hier so malt. Dann funktioniert das Ganze nicht. Ihr müsst wirklich immer immer die danebenliegenden Farben so übermalen. Wie gesagt, das muss nicht so genau sein. Das spielt keine Rolle. Ihr könnt Fehler jederzeit auch ausgleichen. Und jetzt arbeiten wir uns langsam einen Schatten hinein. Das ist ein bisschen komplizierter, aber ich denke, wenn ihr das hinbekommt, dann seid ihr auf jeden Fall dem Ganzen einen guten Schritt näher gekommen. Übt das ein bisschen, bis eine halbwegs vernünftige Kugel rauskommt. Es spielt keine Rolle, ob das Ergebnis perfekt ist. Ihr macht das für euch. Ihr macht das nicht für andere. Wenn andere sagen, oh, das sieht aber nicht so schön aus, dann spielt das keine Rolle. Ihr wisst ganz genau, ihr seid Anfänger. Ihr macht das vielleicht zum ersten Mal oder ihr habt vielleicht schon ein bisschen gemalt, aber vielleicht halt noch nicht wirklich, nicht so wirklich professionell, mehr oder weniger professionell mache ich es ja auch nicht, aber halt noch nicht auf einem fortgeschrittenen Level. und das spielt das gar keine Rolle. Wenn wir die Deckkraft jetzt ein bisschen runterstellen gleich, damit wir dann noch ein bisschen akkurater arbeiten können, zumindest mache ich das immer, aber wie ihr das macht, spielt keine Rolle. Es geht hier um Kunst und nicht um irgendwelche Wissenschaft. Am Ende ist es eigentlich relativ egal, wie ihr das handhabt. Wichtig ist, ihr seid zufrieden mit dem Ergebnis und der Rest spielt eigentlich keine Rolle. Das ist eigentlich wirklich das Wichtigste, dass ihr zufrieden mit eurem Ergebnis seid. Gut, ich bin immer unzufrieden mit meinem Ergebnis. Ich versuche aber immer zweckmäßig zu arbeiten. Also immer den Zweck zu erfüllen, den das Bild erfüllen soll und das macht mich dann auch irgendwo ein bisschen glücklich, wenn es den Zweck erfüllt. Genau. Zum Beispiel als ich das Bild von Supermecha Freezer gemalt habe, da habe ich das in ihrer Amino Community gepostet zum Beispiel und als sie das kommentiert hatte, da war ich schon ein bisschen happy. Sie hat das Bild kommentiert, da hat sie sich drüber gefreut, mehr oder weniger. Hat es auch auf Instagram geliked, das Bild und doch, ich war schon ein bisschen happy, als Beispiel. Und das ist doch schön. Es ist nicht perfekt geworden, das Bild. Irgendwann habe ich halt nicht mehr weitergemacht. Ich wollte Deckkraft auf 20 runterstellen, genau. Fällt mir gerade eben ein. Wir können auch den Pinsel ein bisschen kleiner machen. Also ihr könnt immer kleiner und detaillierter werden und halt auch die Deckkraft vielleicht ein bisschen runterstellen. Jetzt habe ich mich gerade in meiner Erzählung vertieft. Da habe ich fast vergessen, was ich hier eigentlich mache. Das ist aber bei mir eigentlich immer so. Wenn ich nicht über das Malen nachdenke, dann male ich eigentlich am besten. Es klingt absurd, aber es ist irgendwie so. Je weniger ich drüber nachdenke, was ich hier eigentlich tue, desto besser wird es. Ich lasse mein Unterbewusstsein arbeiten. Ich mache das hier gar nicht richtig bewusst, was ich hier tue. Ich könnte euch hier was vom Pferd erzählen. Ich könnte euch alles erzählen, was ihr wollt. Schlag aus meiner Jugend. Es wäre mir eigentlich relativ egal. Aber wie ihr seht, ich versuche jetzt sehr langsam einen Übergang zu bauen. Immer wirklich eine Farbe rausgreifen und einfach draufmalen. Ihr könnt jederzeit auch ein bisschen korrigieren und machen. Es ist nicht schlimm, wenn es wirklich nicht gut aussieht. Macht einfach weiter. Lasst euch Zeit. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt hier schon ist oder wie lange es wird. Ich lasse mir auch Zeit. Ich glaube, das stört euch auch nicht, solange ich irgendwelchen Blödsinn erzähle. dementsprechend ihr freut euch bestimmt auch irgendwo ein bisschen, dass ich euch das versuche ein bisschen näher zu bringen. Es gibt sicherlich auch andere YouTuber, die das machen. Ich habe echt nicht nachgeguckt, weil das für mich eigentlich keine Rolle spielt. Ich mache das auch ein bisschen für mich die Videos einfach, weil es mir Spaß macht. Es spielt keine Rolle, ob das andere noch besser machen als ich. Sicherlich. spielt aber keine Rolle, wie gesagt. Ich mache es mehr oder weniger für mich. Ihr könnt das gerne auch kritisieren, was ich hier mache. Also meine Photoshop Tutorials. Das wäre alles kein Problem. Vielleicht habt ihr Verbesserungsvorschläge. Ich könnte auch alles in erhöhter Geschwindigkeit abspielen, aber da müsste ich es vielleicht nochmal drüber kommentieren. Das wäre dann vielleicht nicht ganz so perfekt. Wie ihr seht, die Kugel ist doch ganz gut geworden. Sieht jetzt ein bisschen strukturierter aus als die andere Kugel, wie ihr seht. Aber dem einen oder anderen gefällt es auch ein bisschen mehr mit einer solch schönen Struktur. Und wem das nicht gefällt, der macht es halt anders. Oder da kommen wir jetzt gleich dazu, aber es spielt keine Rolle. Ich mache es noch ein bisschen heller, fällt mir gerade auf. Das ist ein bisschen dunkel geworden. Aber das mache ich jetzt ganz simpel mit Härte 0 und einem großen Pinsel. Das ist ein bisschen dunkel geworden. Das andere sieht ein bisschen heller und schöner aus, finde ich jetzt. Aber es ist egal, ist nicht schlimm. Und das können wir relativ schnell ausgleichen. Wir machen mal Deckkraft vielleicht 10% wieder. Tippen einfach zwei, dreimal drauf und schon haben wir eine relativ helle, schöne Kugel. Können wir vielleicht den Rand noch ein bisschen dunkler machen. Wie gesagt, man kann auch die Malmethoden ein bisschen kombinieren. Ich könnte jetzt auch hier jetzt mit dem weichen Pinsel drüber gehen. Das ist alles nicht das Problem. Wie gesagt, ihr müsst euch da nicht so sehr versteifen auf eine Art und Weise, wie ihr das Bild bearbeitet. Das spielt gar keine Rolle. Wie gesagt, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich bin sehr zufrieden. Jetzt, man könnte noch weiter daran arbeiten. Man kann es immer verbessern und immer weiter verschönern. Das ist alles kein Problem. Aber wir wollen auch nicht hier drei Stunden an so einer Kugel sitzen. Nun werden wir noch angucken, wie wir das Bild vielleicht eventuell noch ein bisschen verblenden könnten. Das könnten wir machen mit dem Mischpinsel zum Beispiel. Wir gehen hier auf den Pinsel, halten gedrückt und kriegt das jetzt hin. So. Und gehen dann unten auf den Mischpinsel. So. Genau. Und den habe ich schon mal ein bisschen voreingestellt auf folgende Einstellungen. Erstmal habe ich wieder hier den ganz normalen rund weich oder rund hart. Ihr könnt ihn ja manuell nochmal auf weich stellen. Das spielt keine Rolle. Bei allgemeine Pinsel einfach die oberen beiden. Wie gesagt, die Größe können wir jederzeit später noch ändern. Das spielt gar keine Rolle. Dann habe ich hier auf wie heißt es Pinsel nach jedem Strich laden habe ich nicht aktiviert. Pinsel nach jedem Strich reinigen müsste das sein. Habe ich aktiviert. Ja genau, Pinsel nach jedem Strich reinigen. Dann sehr nass habe ich gewählt. Ihr habt ja alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten. Könnt ihr mal ein bisschen rumprobieren. Probiert einfach alles aus, was euch am besten gefällt. Ich habe jetzt sehr nass. Ich möchte einen sehr nassen Pinsel. Denkt jetzt bitte nicht falsch. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Auf jeden Fall können wir mit diesem Pinsel dann nochmal etwas verblenden. Also die Farben auf der Kugel nochmal mischen. Dabei müsst ihr folgendes beachten. Ihr müsst immer in Strichrichtung arbeiten. Also nicht gegen die Strichrichtung. Also nicht so hier. Dann funktioniert es nicht. Ihr müsst immer mit Strichrichtung arbeiten. Also wir haben die Kugel rund so hier aufgebaut. Also müssen wir auch so verblenden. Ich hoffe ihr versteht das Ganze. Nehmen vielleicht ein bisschen größeren Pinsel. Vielleicht 900. Und arbeiten uns... Oh, das war ganz schön stark. Merke ich gerade. Vielleicht sollte ich... Genau. Einfach nur vorsichtiger an die Sache rangehen oder halt andere Einstellungen wählen. Spielt ja keine Rolle. Ich habe jetzt sehr nass, weil ich das für andere Arbeiten gebraucht habe. So. Und wie ihr seht geht dann die Struktur ein bisschen verloren. Ich hoffe, das sieht man auf dem YouTube-Video, weil da geht auch ein bisschen die Video-Qualität verloren. Ich hoffe, ihr seht das, könnt das gut erkennen. Ich kann nochmal reinzoomen. Aber ich denke, ihr könnt das sehen, dass wir jetzt dem anderen Bild etwas näher sind als vorher. Aber es spielt gar keine Rolle. Wir wollen das ja auch gar nicht exakt so machen, weil wenn wir es exakt so hätten machen wollen, hätten wir es auch so gemacht. So einfach ist es. Dann hätten wir uns da gar keine Gedanken drüber gemacht. Es spielt auch keine Rolle. Es muss nicht perfekt sein am Ende. Wir könnten hier den Schatten nochmal ein bisschen dunkler machen unten. Ups, war schon auf schwarz. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit fertig mit dem ersten Video. Wir werden dann im nächsten Video schon durchstarten mit dem Malen. Malen. Also es wird im nächsten Video schon direkt losgehen und ich würde mich vielleicht freuen, wenn ihr vielleicht ein paar Skizzen oder so für mich einsendet. Einfach in die Videobeschreibung packen, dann vielleicht werde ich einige von diesen Skizzen malen, vielleicht zumindest ein bisschen anfangen. Ich würde sie wahrscheinlich nicht komplett fertig malen. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird mir eine Skizze sehr gefällt. Also ihr könnt gerne in die Videobeschreibung gesagt, in die Kommentare. Egal, manchmal sage ich Videobeschreibung statt Kommentare. Ich weiß auch nicht, warum das in letzter Zeit so ist. In die Kommentare auf jeden Fall einen Link posten. Dann lade ich mir vielleicht eine Skizze von euch runter und vielleicht male ich diese dann. Ich würde sie euch auch zurückschicken. Vielleicht verwendet ihr sie dann für euer Spiel oder was weiß der Geier. Auf jeden Fall genau, könnt ihr machen. Skizzen hochladen, wenn ihr das möchtet und mir schicken. Vielleicht wähle ich einen davon aus oder ich erstelle selber eine Skizze. Das überlege ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr die von euch gemalten Kugeln irgendwo online postet, zum Beispiel auf Instagram oder Twitter. Einfach mit, oh, das ist vielleicht ein bisschen arg klein. Wir brauchen mal eine größere Schriftart. Das ist immer noch sehr klein. Wir machen mal 150. Genau. Einfach mit dem Hashtag DonF204. Dann finde ich das wahrscheinlich auf Instagram oder auf Twitter. einfach den Hashtag verwenden und zeigt mir mal, was ihr so für Kugeln gemalt habt und auch spätere Bilder könnt ihr gerne immer schön zeigen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach ein paar gemalte Sachen unter diesem Hashtag postet, die ihr gemalt habt. Vielleicht anhand dieser Tutorials. Auch komplett andere Sachen könnt ihr dort einfach unter den Hashtag DonF204. aber ich würde mich sehr über eine Kugel freuen von jedem, der das Video sieht. Wirklich auf Twitter, von mir aus auch auf Facebook, aber da am besten in die Gruppe posten einfach. Und die Gruppe ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt und diesmal meine ich wirklich die Beschreibung. Genau. Ich würde mich freuen, ein paar Kugeln von euch zu sehen. Es ist nicht so kompliziert, egal welche Maltechnik ihr verwendet, aber ihr könnt ja wirklich mal die etwas kompliziertere verwenden. Die müsst ihr sowieso üben, weil ihr anders nicht weiterkommen werdet, leider Gottes. Aber im nächsten Video werde ich wahrscheinlich Haare malen. Zumindest habe ich mir das vorgenommen, deswegen habe ich das auch ein bisschen geübt. Im nächsten Video werden wir Haare malen, denke ich mal. So habe ich auch immer angefangen, jetzt die letzten Bilder, die ich gemalt habe. Und da sind diese Maltechniken nicht unbedingt vonnöten. Da werden wir andere Maltechniken verwenden. Da gibt es auch mehrere Varianten, definitiv, die ich mir auch selbst beigebracht habe. Da müsst man mal gucken, vielleicht werde ich euch auch mehrere Varianten zeigen, aber dann auf jeden Fall in extra Videos, weil sonst wird es zu lang. Ich will nicht wissen, wie lang dieses Video schon ist, ich kann ja mal gucken. Das Video ist auch schon verdammte 40 Minuten lang, merke ich gerade. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich hoffe, es ist nicht zu lang für euch. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten, habt eure Kugel gemalt, ihr könnt sie ja nebenbei gemalt haben, einfach mal zugehört, was ich für ein Blödsinn rede. Postet eure Sachen bitte unter dem Hashtag DonF204 oder in die Facebook Gruppe. Genau, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Bilder von euch zeigt. Wirklich, ich würde mich sehr freuen. Das würde mich sehr, 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 sehr glücklich machen. Gut, dann Tschüssli! Bis zum nächsten Mal!